So, jetzt nochmal schön fliegende Wiederholungen, ja, wie ihr seht, und die Oberarmen werden auf dem Boden abgelegt, ja, dass man den Vordehnungssofflex jetzt hier nicht so nutzen kann und sich voll auf die Brust konzentrieren kann, ja. Dann machen wir hier auch erst Pausesatz, das heißt Wiederholungen, so viel wie geht, wenn der Muskel zugeht, kurze Pause, dass die Stoffwechselabbauprodukte aus dem Muskel rauskommen, wie er gesplutet werden kann und dann einfach weitermachen. Dann ganz wichtig, hier die Hand nicht zusammen klatschen lassen, sondern so, dass immer Spannung auf der Muskulatur ist. Jawohl, Olli, wie geht ihr jetzt? Zieh. Schön. Jawohl. Einfach weitermachen. Und zieh. Schultern schön zurück machen, dass die Brust schön nach außen drücken. Komm. Jawohl. Und rück. Komm. Zieh sie zusammen. Jawohl. Komm. Keine Schmerzen, nehmen wir weiter. Jawohl. Noch einen, mal kurz Pause. Okay, Pause, mal durchbluten. Nochmal schön ausschütteln. Und nochmal, komm, Junge. Und zieh die Brust zusammen. Jawohl, genau so. Bei Isolationsübungen geht es immer um die Sauberkeit der Übung. Nicht zu viel Gewicht nehmen, so, dass man wirklich sauber die Brust treffen kann. Noch einmal kurz Pause. Und zieh sie zusammen. Jawohl. Den Brustkorb rausdrücken, dass sich nur die Brust zusammenzieht. Come on. Komm. Scheiß auf Schmerz. Zusammen damit. Jawohl. Komm, einmal noch. Zieh nochmal nach. Nicht aufgeben. Komm. Wenn tot, dann tot. Sauber. Oh. 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 Oh.